Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Valheim mit meiner reizenden Maus. Hi. So, dann wollen wir mal. Genug philosophiert, wir haben beide noch viel zu tun. Ist das jetzt dein Ernst? Ist das jetzt dein Ernst gewesen? Sammelst du denn auch nochmal Honig hier ein? Weil die meisten haben schon drei drin. Ja, ich komm weg. Die stehen doch bei dir hier. Ja, darf ich mir mal reparieren? Ja, ist ja gut. Hab ja nichts gesagt. Ich geh jetzt in den einsamen, bösen Dunkelwald, wo die ganzen bösen, bösen Viecher auf mich warten und lauern. Tschüss. Und werde jetzt mit denen einen Kampf ausfechten. So, jetzt müssen wir mal selber gucken hier. Punkt, Punkt, Punkt. Punkt, Punkt, Komma Strich. Fertig ist das, Schatzi Gesicht. Da hinten muss ich hin. Die Schmiede doch hier gar nicht, gucke mal. Ja. Mausi, da fehlt noch. Da fehlt noch. Ich zeige dir das, wenn ich das dann aufgestellt habe. Okay? Ja. Dann zeige ich dir das. So, und ich lasse jetzt hier extra mal die Wildschweine und alles liegen, aber sowas wie ein paar Bärchen kann man immer mitnehmen. Okay, jetzt, jetzt, jetzt rambeln die mich hier auch schon weg. Dann laufe ich halt weiter. So. Hast du davon. Werde verfolgt, Mausi. Ein Wildschwein rett mir hinterher. Okay. Ich habe gerade eins getötet. Ja. Also ganz ehrlich, am besten in den Zaun packen jetzt, sondern gucken, dass man erzählen könnte, ne? Ahnung für sich. Ja. So. Hier hinten hatten wir das irgendwo. Ich weiß, dass hier auch ganz viel Kupfer war. Ja, hier ist es. Oh, das Schwein hat abgelassen. Nein, der Wagen rollt. Okay. Schön stehen bleiben. So, dann wollen wir mal gucken. Hier haben wir noch so Baumstümpfe. Oh, und wir haben einen Troll. Ui. Der mich auch schon gesehen hat. Brauchen Sie Hilfe, mein Herr? Äh, nee, noch nicht. Okay, der hat einfach kurz mal, Hand mal, das Skelett zerschossen. Aber diesmal bin ich nicht so bescheuert und, äh, mach dich jetzt irgendwie anders. Werden dich jetzt auskiten, weil ich kann dich noch nicht blocken. Warum nicht? Nee, weil es ist einer mit Keule. Kann ihn noch nicht blocken. Ich hab sie blocken jetzt seitdem nicht gelevelt. Und jetzt wird's natürlich gerade nass. Das ist, äh... Die Ausdauer ist es gut. Die Ausdauer ist es. Mega. Ich werd dich erstmal hier hinten rausziehen. Wenn du mir da hinten nichts kaputt machst. Okay. Mist. Jetzt mit dem Troll los. Wo haut er denn jetzt ab? Jetzt kommt er wieder. Habe ich das nur gefurzt? Oh, dann hab ich halt gefurzt. Der will nicht aus dem Wald raus. Was ist denn mit dem los? Jetzt seh ich nicht den Nebel. Äh, ich glaub, der hat sie nicht mehr alle. Aber egal, Bogenlevel 20. Ne, komm. Deine Untersilien darfst du droppen. So. Eigentlich wollte ich jetzt nichts extra mitnehmen. Aber gut, einen Troll nimmt man immer mal mit. Ne, der hat ja wenigstens artig hier sogar noch mal ein paar Holz und ein bisschen Stein geklopft für mich. Ich muss unbedingt zusehen, dass ich das Blocken höher krieg. Oh Gott, jetzt ja mit der Spitzhacke hau ich jetzt auf Baumstümpfe ein. Ist klar. So, jetzt müssen wir hier erstmal alles reinschmeißen. Ich hab jetzt auch noch den Flug mit, den ich eigentlich bei dir mit reinschmeißen wollte. Nein! Mausi, warum hast du denn nicht gesagt, dass ich mich leer machen soll? Mach dich leer. Ja, zu spät. Zu spät. Hättest du vorher sagen müssen. Ne, bin ich deine Mami. Warum nicht? Wolltest du doch meine Sklaven sein? Jetzt bist du meine Mami. So. Wie, hör? Ich glaub, da müsste ich aber mit deiner Mami sprechen. Ne, dann sprich doch mit meiner Mami. Dass ich deine Mami sein darf. Ich glaub, das fänd sie nicht so toll. Ich glaub, die wird den Spaß mitmachen. Glaub ich auch. Aber wer telefoniert denn immer mit dir? Also mit dem telefonierst du dann immer? Ja, mit dir. Weißt du doch. Immer nach der Arbeit. Das schreibt mir dann irgendjemand über WhatsApp an. Ey, kannst du mal anrufen? Ja, aber dann vermisst sie doch die Telefonate mit dir, die vier Stunden lang. Ach, vier Stunden telefonier ich mit dir? Ja, oder fünf bis sechs Stunden. So lange ist es. Telefoniere ich doch nicht mit meiner Mutter. Ja, ja, ja. Und das eine Telefonat ging mal vier Stunden und mehr. Ja, das eine. Mann, da hatten wir uns auch viel zu erzählen. Da haben wir uns zwei Wochen nicht gehört. Komm, du hast letztens auch mit dir eine Stunde telefoniert. Da hab ich auch nichts gesagt. Ne. Doch. Ne. Ah, doch. Ne. Doch. Ne. Woher ich über Hunde unterhalten hab. Doch. Ne. Da habt ihr auch eine ganze Stunde telefoniert. Ne. Halte ich dir jetzt auch vor. Ne. Doch. Ne. Aber sowas von. Kannst du gar nicht. Ne, 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 ne. Ja, natürlich. Ich kann alles. Das weißt du. Ne. Wie, ne. Kann ich alles? Oh, sie sagt, ich kann nicht alles. Mein Weltbild ist zerstört. Was neinst du rum? Kein Holz mehr. Haben wir überhaupt kein Holz mehr? Ja. Auch im großen Lager hinten nichts? Ich lauf noch jetzt nicht zum großen Lager. Warum nicht? Zu faul? Faule Socke. Ja. Habe ich von dir gelernt. Stinke Glocke. Dann stinke ich halt. Ne, aber muss man gucken. Da müsste eigentlich noch Holz im Lager liegen. Bedien dich. Bedien mich ja schon im Waldlager. Och, mautsch. Ganz ehrlich. Ist zu faul. Sagt sie, ist zu faul. Aber rennt dann halt hin und räumt dann die Bäume ab. Ja, ist klar. Die sind näher dran als das große Lager. Ja, aber das wird doch nicht reichen vom Holz her, oder? Bis du 100 Holzstämme zusammen hast. Ich will dann nur die Mauer haben. Ja, ja. Aber auch 100 Holzstämme werden die bestimmt kosten. Da ist noch ein Fitzel dran. Habe ich da noch ran? Oh ja. Ja. So. Na komm, dann gucken wir hier auf der Seite auch nochmal. Ne, das ist auch nochmal Kupfer. Na, erstmal wieder Ausdauerladen hier. Tip-du-du-du-du-du-du-du-du. Da oben hängt auch nochmal Kupfer. Oh. So ein großes Stück Kupfer. Na, nächste Kupfer. So. Neun Kupfer grad mal. Neun kleine Kupfer. Gingen durch den Wald. Und was machen die da? Kennst du das Lied? Nö. Neun kleine Schlümpfe. Bestimmt wieder so ein Schlumpfzong, oder? Ne. Ne. Du hast echt nicht viel Kinderlieder gehört, oder? Ne. Die waren mir damals als Kind immer schon zu too much. Ich weiß nicht. Die waren irgendwie so nicht mein, mein Metier. Vielleicht bin ich deswegen so verkorkst. Glaubt mir, die meisten Kinderlieder von damals sind auch nicht gerade das Weltbild von heute? Äh, geht mir nicht ums Weltbild. Ja, und das geht mir da ums Verkorksen. Ach so. Nee, Kinderlieder sind einfach nicht meins. Gibt keine Kinderlieder, die ich gerne gehört hab damals. Verschiedene Version von dem Lied. Okay. Ach so, ja. Okay, jetzt weiß ich aber, welches du meinst. Es gibt doch eine Version mit neun kleinen N's. Äh, kleinen N's? N. Ja, das meinte ich ja. Ja. Toll, jetzt hab ich dich eingesperrt wegen dir. Wieso, wegen mir? Du bist schuld. Ich bin am Kupfer sammeln, ja. Kann nicht schuld sein. Doch, bist du. Ja, meine Spitzsacke macht gleich den Geist ab. Den Geist ab? Ja. Ich geh ab. Sie gibt auf, sie gibt auf. So, fertig. Okay. So, jetzt musst du da nochmal ein bisschen Holz in die Hand nehmen. Ja, und? Du siehst, wie ich das gemacht hatte innen drin. So machst du das jetzt sozusagen an den Kanten. Dann, du lässt aber vorne in Richtung zum Wasser, lässt du einfach jetzt mal drei Balken frei. Wasser? Was für ein Wasser? Das ist zum Hafen. Zum Lager hin. Achso. Drei Balken. Drei Balken lässt du da frei. Da gehst du dann schon früher in die Kurve. Jetzt hab ich ein Problem. Ich komm hier nicht wieder raus aus meinem eigenen Loch, weil ich... Ach doch, ich komm. Willst du das nicht machen? Warum soll ich das machen? Willst du denn Kupfer jagen, oder wie? Nee. Ich... Ja, Kupfer ja. Ich dachte, ich soll jagen gehen, um meinen Bogen zu bumsen. Ja, das auch. Aber, ne? Wir brauchen ja dann auch noch Kupfer. Wir müssen ja erst mal ein Prio setzen, Maus, Maus. Wir brauchen jetzt noch Kupfer und wir brauchen noch jede Menge Karotten. Verstehst? Ja. Also jede Menge Kupfer, jede Menge Zinn, jede Menge Bronze. Und wenn du da hinten jetzt auch so eine Schmiede haben willst, dann brauchen wir nochmal das Hundertfache an dem, was ich jetzt an Kupfer mithab. Damit wir dir denn da auch alles hinstellen kannst, damit du schön faul sein kannst und so, ne? Ja, ja. Das hört sich so negativ an, bei dir. Das sollte sich jetzt auch negativ anhören. Du bist doch genauso faul wie ich. Ja, ich weiß. Du bist sogar schlimmer. Nee, aber wir müssen halt mal gucken, dass wir dann halt auch vorankommen. Weil wir müssen... Ich will noch die ganzen Waffen und alles auch nochmal ausprobieren. Aber jetzt maximal das... Was war das jetzt? Kupfer oder Bronzemesser? Wir hatten jetzt das bronzene Schwert. Ja, da fehlt noch die Stangenwaffe da und der Speer. Da fehlt noch so viel. Maus, Maus. Ja, dafür kann ich doch nichts. Ja. Warum kannst du dafür nichts? Warum kannst du dafür nichts, Maus, Maus? Maus, Maus? Ja. Warum kannst du dafür nichts? Ja, weil ich dafür nichts kann. Ja, aber ich will dafür, dass du dafür was könntest. Was könntest du? So. Hier kommt Besuch. Nee. Okay. Dann gehe ich halt weiter. Das ist doch eiskalt. Nee. Okay. Gehe ich halt weiter. Da ist kein Besuch da. So. Und dann können wir hier gleich die Sachen da lassen, die jetzt zum Kochen. Und was willst du denn hier? Und schon nimmt man die Beine in der Hand, oder was? Vergiss es. Erst mich hinterher trachten und mein Leben trachten wollen hier. Und dann, äh, ne? So geht er denn nun gar nicht. So, das nehmen wir einmal alles raus. Das kommt dann hier zum Mausi. Das heißt, hier kommt der Flug rein. Hier können wir schon mal die Stapel platzieren. Der Rest kommt nach hinten. Tü, tü, tü. Ja, passt. So. Hast du da einfach Mauer drum gemacht? Gut. Willst du denn von innen in die, in das Gehege rein, oder willst du von außen in das Gehege rein? Denn von innen. Denn von innen. Siehst du, da habe ich mir nämlich schon gedacht. Ja, kennst du dich einfach? Hm. So, aber ich muss jetzt sowieso erstmal kurz Richtung Hafen. Auch meine Sachen einmal kurz durchreparieren und dann mal gucken. Und mal ein bisschen Kupfer einschmelzen. Bist du denn jetzt schon jagen, oder was machst du jetzt gerade? Ich dachte, ich soll einen Schlagen gehen. Ja, dann geh mal Kupfer sammeln. Schnapp dir einen Wagen. Und dann so lange, bis seine Spitzhacke alle ist. So. Jetzt. Das Lager will ich sowieso nochmal komplett umdesignen hier. Willst du mal gucken? Achso, ich habe hier nichts bei. Wenn ich nichts bei habe, dann kann ich auch nichts reinschmeißen, ne? Dann werden wir nochmal... Oh. War nicht ganz voll. Reicht das noch? Ja, es reicht hier noch. Gerade so. So, der Trollleder, das kommt da rein. Wir haben hier noch sowas wie Geld. Hartz. Hier hinten können wir dann mal schon mal die Schmiede befeuern. Für ein bisschen Kupfer. Ja, das ist nicht viel Kupfer, was ich jetzt hier mitgebracht habe. Haben wir hier noch Holz drinne? Ich habe hier immer Holz als Reserve drin. Machen wir hier schon mal ein bisschen was rein. So. Dann nehme ich hier nochmal den Restholz mit. Achso, reparieren, reparieren, reparieren. So, dann nehme ich hier gleich nochmal ein bisschen mehr Holz mit. Was recht hier ist auch nicht mehr viel Holz drinne. Hier sind so schiefe Zahlen zwischendrin. Bisschen mega weird aus. So. Zwei Stück. Ah, willst du schlafen kommen? Ja. Genau deswegen bin ich hier. Genau. Dann gute Nacht. Ja, ich suche was. Vielleicht kann ich dir helfen beim Suchen, wenn du mir sagst was. Suchen. Ja, nicht nur zzzzzz. Die Schmiede geht gerade richtig schön ab. So, guten Morgen, liebe Sorgen. Seid ihr auch schon alle wach? Ich brauche erst einen Kaffee. Ja gut, dann machen wir mal einen Kaffee. Oh. Na ja, jetzt habe ich ja das ganze Holz bei. Mal ja erstmal hier, ob ich das mitnehmen kann. Oh, hier sammelt sich so ein bisschen der Qualm in der Schmiede. Hm. Ist aber hoch genug, passt also alles. So, jetzt hier erstmal die 20 wieder reinpfeffern. Denn hier einmal das. Und Maus hat schon wieder draußen irgendwas erschossen. Nee. Mit Crit, doch, das hat man gehört. Das hat über den ganzen Globus einmal tschung gemacht. Das klang nach einem Pfeil. Das klang nach einem Pfeil. So. Alle zu weit leer? Alle zu weit leer. Wo ist der Wagen hin? Hast du dir den schon geschnappt? Hast du den dann auch repariert? Weil ich habe jetzt nicht darauf geachtet, ob der heil war. Auch nicht. Immer mit deinem Hammer drüber. Jetzt habe ich den anderen Rest da aufgesammelt. Ah. Ja, ich brauche eine größere Schmiede. Aber sowas von eine größere Schmiede. Kommt aber alles noch. So, jetzt nehmen wir uns hier einmal zack und einmal zack. So, dann müssen wir einmal kurz rüber zum Mausi. Das wird hier aber auch heute ein hin und her gerenneter. Das geht gar nicht, zu reparieren. Nee, du musst ja auch eine Werkbank dazwischen haben. Du musst eine Werkbank hinstellen. Aber hinten beim Kupfer steht eine Werkbank. Da brauchst du nur eine einfache Werkbank. Da kannst du das reparieren. Weiß ja noch nicht mal, wo du Kupfer abgebaut hast. Wenn du auf der Karte guckst, warte. Dann habe ich da, guck. Nee, wie war das? So. Da, wo ich hingepingt habe. Da habe ich Kupfer abgebaut. So, jetzt muss hier mal die ganzen Karotten einmal raus. Weil, da habt ihr das Feld da hinten gekriegt. Wird hier nochmal überarbeitet. Ein bisschen tief hier. Mit den Balken. So. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ist das jetzt auch alles so richtig? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf und zwölf. Ja. So, drei, sechs. Musst du hier genau die Mitte sein. So, eins, zwei, drei, vier, fünf und eins, zwei, drei, vier und fünf. Wunderbar. So. Jetzt müssen wir mal gucken hier. Mal jetzt erst die Tür. Nee, komme ich mal erstmal den, den Boden rein. Mit den Balken. So. Na, komm, stell dich drauf. So, wenn das jetzt nicht reicht, dann weiß ich auch nicht. So, der und der kann schon wieder raus. So. Und einen noch. Gut. Gut. Ne, gut, da muss ich dann gleich, oder? Kann ich mich einfach da so, ne, kann ich mich nicht durchmogeln. So, fehlende Voraussetzung, das heißt, es fehlt schon Holz. Aber ist nicht so wild, denn der hier kommt ja nochmal weg. Gut, das war aber knapp. Was war knapp? Äh, der Wagen wäre fast kaputt gegangen. Woher? Nein, all nicht weg. Bleib hier. Ich brauche dich. War nicht so klingt wie mein Ehemann, aber... Ach so. Schleumer? Ja. Bist du schon ausgerutscht? Ja, da war die... Die Schleimspur war ein bisschen zu groß. Alles war ernst gemeint. Naja, naja, naja. Hey. Wird ernst gemeint? Ja, kann... Kann doch, kann doch, kann doch, kann doch. So, wie hatte ich denn das da gemacht? Da hab ich... Bin hier einfach nur noch reingegangen. Ja, würde ich, glaube ich, jetzt hier auch machen. So, das heißt, wir hatten das dann... Ähm... Ja. Wie hatten wir es dann? Ich glaube, ich hab die hier benutzt, ne? Ne, ich hab die vielleicht flacheren genommen. Die hier. So. Dadurch, dass das nicht auf der Ecke ist... Dürfte das sogar eigentlich besser ansnappen. So, dann waren da die hier. Ne, halt, falsche... Falsche Richtung. Falsche Ausrichtung. Aha. Jetzt du von mir. Irgendwie stimmt da was nicht. Was denn? Ach so, ja. Weil ich das ja kürzer jetzt gemacht hab. Wobei, gibt auch mal einen anderen Kontrast hier. Gucken. Dass das nicht ein bisschen besser aussehen würde, so. Gut. Wir haben ein kleines Türchen hier. Dann müssen wir jetzt mal gucken. Äh... Wir brauchen jetzt einmal... Mhm. Ja... Der und... Der kommt weg. Weil da brauchen wir ja... Was anderes. Aber dann kommt die Werkbank nämlich hier hinten ran. Dann darf sie da auch drinnen stehen bleiben. So. Machen wir noch ein kleines oben drauf. So, jetzt brauchen wir nur noch... Richtig ausgerollt hier. Dann machen wir es halt von hier aus. Gut. Gut. Dann brauchen wir einfach nur da die Dinger hier. Zwischen. Na komm. Na komm. Ich weiß, dass es geht. Klappt. Gut. Gut. Klappt auch. Holz holen. Holz holen. Für eine kleine Schmiede. Für eine kleine Schmiede. Schubsen hund. Äh, wieso kriegst du hier... Du kannst doch jetzt die... Die... Die großen Sachen essen. Ess die großen Sachen, Mausi. Falls du da jetzt angegriffen wirst oder ähnliches, stirbst du mir noch? Nee, nee, nee. Ja, aber ich hab nur einen Topf und eine Suppe. Ja, dann... Kriegst du gleich noch. Wir sind ja jetzt gerade dabei am Kochen. Aber wenn du da hinten Kupfer holen gehst oder Kupfer holen geschickt wirst, dann... Äh, bitte immer großes Essen essen. Weil du brauchst die Lebenspunkte doch, wenn du jetzt vom Troll oder sonst was angegriffen wirst, weil der da jetzt mal sagt, hey, ich will dich mal begrüßen und so. Hallo sag? Ja, ich wollte nur mal Hallo sagen. Ich hab hier so einen Baumstumpf und ich sag mal Hallo, weißt du? Das ist nicht so cool. Deswegen mach ich doch hinten jetzt schon, dass er alles soweit bei dir fertig ist, dass wir da schon mal wenigstens kochen können. Das ist die ist. Ja. So, und jetzt haben wir auch auf dem kleinen Lager kein Holz mehr. Nur noch ein bisschen Brennholz. Also wenn wir jetzt hier zwischen unseren Häusern hier hin und her rennen, da reicht eine Beerenmarmelade für aus. Oder für ein bisschen was arbeiten. Solange wir noch nicht viel mehr Auswahl haben, was wir kochen können. Aber es wird doch langsam bei dir. Sieht doch langsam recht hübsch aus. Ja. Gefällt mir. Darf ich hier einziehen? Ja. Jetzt hättest du Nein sagen müssen, es ist meins. Nein. Ich wohne nicht gern allein. Ich hab noch nie allein gewohnt. Und ich will nicht alleine wohnen. Dann bin ich nicht so einsam. Wer schläft dann mit mir in einem Bettchen, wo ich mich rankuscheln kann, wenn ich mich einsam fühle? Und wenn mir kalt ist. Okay. Jetzt müssen wir hier mal kurz ein bisschen was loswerden, damit ich nochmal ein bisschen Tragkapazität kriege. Und dann habe ich auch keinen, wo ich mich mal auskotzen kann, wenn ich mich mal scheiße fühle. Okay. Nee, nee, alleine wohnen ist kacke. Achso. So. Jetzt brauchen wir hier einmal Steinchen. Ich weiß aber nicht, wie viele. Ah, reicht aus. So, dann können wir hier schon mal den Schmiedetisch schon mal hinstellen. Da kann ich nämlich das Zinn benutzen und den Kochtopf schon mal anschmeißen, oder? Wird doch hier Zinn hingeschmissen. Jawohl. So, als allererstes den Zinnkessel. Bong. Mausi hat Zinnentwicklung gekriegt. Yay. Das hört sich jetzt vielleicht falsch an, aber ich wurde gerade vergast. Ah, wieso wurdest du vergast? Weil der Hund gefurzt. Ich dachte jetzt im Spiel, meine Güte. Ja, selber Schuld, hast du verdient, wa? Nee. Nee? Lass sie sogar hinter mir schlafen, hallo? So, dann können wir ja jetzt hier beim Mausi mal ein bisschen... Warum ist hier Holz und alles in der anderen Truhe, wo es nicht reingehört? Ich brauche nur eine Mülltruhe. Das ist doch keine Mülltruhe, das sind deine Essens-Truhen und... Oh wei, Maus, Maus. Du hast noch keine Schilder angebracht. Ja, ich weiß auch noch nicht, wie ich das mit den Schildern machen soll. Cool, schwebendes Kupfer. So, wir brauchen jetzt Rot und Karotte. Müsste aber eigentlich noch mal ein paar Karotten wenigstens anpflanzen, ne? Nein, wir haben noch Reserve-Karotten, alles gut. Das heißt, ich kann jetzt erst noch für Mausi ein bisschen was zu essen kaufen mit. Dann brauchen wir noch das und das. So, dann machen wir jetzt erst noch Karottensüppchen. Solange bis wir sechs Stück haben. Dann reibe ich hier schon mal das Hirschfleisch auf. Damit das wenigstens auch schon mal läuft. So, Papi, Mami kommt nach Hause. Ich, ich. Ah, ich koche dir gerade was zu essen. So, das ist jetzt weg. Und jetzt machen wir hier den Rest in Züppchen. I. Steht ein ganz großer Stinker auf einmal. Ganz großer Stinker? Ja, ein blauer Stinker. Kommst du an ihm vorbei? So, dann machen wir jetzt hier drüben mal Essen. Hier ist auch Leder, die alles mitnehmen. Ich muss hier unbedingt erst mal durchsortieren. Hier, das geht ja. Hier ist, wieso ist hier Harz? Ach, Mensch. So. Schatzi, warum machst du das halt immer wieder durcheinander, ey? Wenn du es mal gleich richtig wegsortieren würdest. Okay. Werde ich mir merken, Maus, ne? So. So, machen wir davon einmal die Hälfte. Davon die Hälfte. Ich habe Himbeeren gefunden. Hast du denn noch genug Wildschwein-Dörrfleisch? Zwei Stück. Ja gut, aber die habe ich jetzt nur im anderen Lager drin, ne? Wie gesagt, die ganzen Kisten hier sollen an und für sich keine Baumaterialien beinhalten, Mausi. Eigentlich nur das, was größtzeitig zum Kochen ist. Das Einzige, was du hier haben kannst, ist halt sowas wie Harz, weil das brauchst du für die Fackeln. Aber sowas wie Steine und, na gut, Holz brauchst du auch noch. Also eine Kiste Holz. Die sind dann vorne an. Da sind dann Materialien drinne. Und die restlichen sind nachher für das ganze Essen. Okay. Verstehst? Ist doch dann viel besser. Kannst du auch das Essen besser sortieren. Bringe frohe Kunde für... mit Kupfer. Ja, dann trag dann mal gleich rüber. Wo rüber? Ja, rüber zum Lager. Also zum Hafen. Aber vorher kommst du hier nochmal rein und dann nimmst du dir nochmal das richtige Essen raus. Wie sieht das Tag aus? Tag ist am Tag. Es ist noch Tag. Wie sieht das Tag aus? Ja, wie sieht das Tag aus? Kennst du nicht? Das... Ich dis den Tag. Ich stehe auf und sage so, scheiß Tag, Mann. Und da, wo bist du? Ja, ich bin noch hier. Du willst mir was geben? Ja, ich will dir nicht was geben. Ich habe extra was in die Kiste gelegt. Nee, der war hier in der untersten. Alles? Ja, das ist alles deins. Das darfst du essen. Ich bin nicht was zu essen. Ja, natürlich. Ich habe schon lange nichts mehr Unständiges gekriegt. Noch ein bisschen auch Bärmarmelade, wenn du zu Hause hier irgendwie was machst nur. Ne? Aber wenn du jetzt zur Kupfermine oder sonst wo hingehst, auch zum Jagen, dann nimmst du bitte das. Weil blaue Gegner können Aua machen. Wenn du da nur Bärmarmelade drin hast, dann brauchst du nur einen Schlag. Dann warst du das mal mit Mausi. Also blaue Stinker, ja. Genau, blaue Stinker. Darf ich meine Pfeile mal dann austauschen, weil dann die sind dann... Die blauen Stinker sind mit den Feuerpfeilen besser zu machen. Nutz doch mal die kleinen Pfeile erstmal fertig auf. Danach darfst du dir gerne Feuerpfeile nehmen. Wir wollen aber jetzt, äh, ne? Keine Ressourcen verschwenden. Nein. Es werden keine Ressourcen verschwendet, Mausi. Komm, es werden keine Ressourcen verschwendet. Wo ist eigentlich der ganze Honig hin? Äh, Treppentruhe? Wieso ist der in der Treppentruhe? Versucht zu, äh... Ah, du hast versucht zu sortieren, ja. Nee, das, äh... Die Treppentruhe ist nur für, ähm... Sag mal schnell. Äh, ja. Für das ganze Gemüsezeug, was du anbauen musst. Also Anbausachen. Verstehst? Also sowas wie die Ho und sowas. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. So, jetzt haben wir hier schon wieder nur eine ganze Folge mit Sortieren und Ähnlichem zurechtgebracht. Also dann kann ich mich zehn Jahre befassen. Deswegen, bevor ich mich jetzt noch weitere zehn Jahre damit befasse, machen wir jetzt hier an dieser Stelle einen Cut. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also, schaltet wieder ein und bis denn. Tschüss. Tschüss.